Einer der wirklich spannendsten Vereine, die wir im Zuge der Untersuchungskommission überprüft haben, ist der ÖVP-nahe Verein Modern Society, ehemals Karl-Loyer-Institut. Dieser ÖVP-Verein bildet eine Parallelstruktur zur Parteiakademie und wird ebenfalls von der Stadt Wien FED subventioniert. Es ist so, dass wir auch festgestellt haben im Zuge der Untersuchungskommission, dass dieser Verein mehrmals Geld in Form von Sachspenden an die ÖVP in Wahlkampfzeiten bezahlt hat. Es ist so, dass Gernot Blümel als Vorsitzender dieses Vereines nicht einmal eine korrekte Bilanz ablegen konnte und meines Erachtens aus diesem Grund als Finanzminister auch völlig ungeeignet ist.